Im »Sommerhaus der Stars« kam es angeblich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Jetzt äußert sich Gigi Birofio. Das »Sommerhaus der Stars« sorgte in diesem Jahr schon lange vor Ausstrahlung der ersten Folge für Negativschlagzeilen. Denn Valentina Doronina und Ken Kaplan behaupten, dass sie während der Dreharbeiten in Bocholt geschlagen wurden. Kaplan postete bereits einen entsprechenden Arztbefund aus der Zeit des Drehs, auf dem von einer Prellung die Rede ist. Valentina Doronina wiederholt Vorwürfe, kürzlich wiederholte der Reality-Stars seine Vorwürfe noch einmal explizit auf Instagram. Mir reicht es jetzt. Ich bestätige hiermit, dass Ken und ich im »Sommerhaus« grundlos von einem Mann geschlagen wurden. Alle, außer einer Person, haben sich nach dem Schlag hinter den Täter gestellt. Psychisch kann ich diese Lügen von RTL nicht mehr mitmachen. Gegenüber »Bild« wurde sie konkreter. In einem Interview mit der »Tage-Zeitung« behauptet sie, dass ihr Verlobter Ken Kaplan während der Dreharbeiten ohne Grund geschubst und geschlagen worden sei. Ich stand neben ihm. Ich wurde auch getroffen an der Schläfe. Inzwischen besteht kein Zweifel mehr, dass ihre Vorwürfe auf Gigi Birofio zielen, der in der sechsten Folge der Reality-Show in die Ferienunterkunft nach Bocholt zieht. Wie wir euch bereits vor einigen Wochen berichtet haben, hat Doronina Strafanzeige erstattet. Aktuell beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall. Gegenüber »Bild« bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft den Eingang der Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft Münster führt aktuell aufgrund einer Strafanzeige eines Teilnehmers einer aktuell im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Reality-Show ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe. »Sommerhaus der Stars«, Gigi Birofio reagiert. »In welchem falschen Film bin ich?« Vor ein paar Wochen hatte Birofio Doroninas Vorwürfe auf Instagram verschlüsselt thematisiert. Zu einem Foto, das ihn beim Training für das Promi-Boxen, Fame-Fighting, zeigt, schrieb er. »Der Moment, wenn du weißt, du kannst bald jemanden hauen, ohne dass er dich danach anzeigen kann wie eine Prinzessin.« Und weiter, offensichtlich an seinen Konkurrenten gerichtet. Immer schön auf dein Herrchen hören, C. Doronina und Kaplan werteten das als Schuldeingeständnis. »Wenn eine Person eine andere schlägt, und es sich nicht um Notwehr handelt, wird diese Person strafrechtlich verfolgt, denn so etwas hat keinen Platz in unserer Gesellschaft«, so Doronina weiter. Ein Mann zu sein, bedeute mit Sicherheit nicht, Menschen zu schlagen, und sich dann noch darüber lustig machen, wenn es strafrechtlich verfolgt. Jetzt spricht er den Fall in einer Story auf Instagram noch einmal konkret an. »In welchem falschen Film bin ich?«, schreibt er, und fügt drei lachende Smileys hinzu. In Fast Furious? «Versichstiorour? » In Japan, wo es? Untertitelung des ZDF, 2020